Die Künstler Sie haben jetzt aufgehört zu filmen, weil da kommt das Bild nicht. Und ihr wollt ihr nachher auch auf dem Bild zeigen oder im Film. Also bitte denkt daran, wenn ihr hier seid, hier vorne in der Mitte stehen, wo das Lichtraum ist. Sonst habt ihr nachher keine schönen Bilder und habt auch keine schönen Film. Das wollte ich doch mal sagen. Vielen Dank. Vielen Dank.